Ich bin Jessica Lennert und ich schaffe im Kinderhort Thurausstraße in Wiel. Der typische Arbeitstag fängt morgens mit Kochen an, mit Vorbereiten, wichtige Sachen mit Lernenden besprechen. Danach kommen die Kinder, dann essen wir gemeinsam und machen Hausaufgaben und dann wird meistens Freispiel gemacht oder rausgegangen. Am allerbesten gefällt mir, dass jeder Tag anders ist. Also es ist immer irgendwas anders wie am vorigen Tag und das macht es eben nicht langweilig.